Bevor das Video jetzt losgeht, hier noch ein kurzer Hinweis zu meinem Partner Aoware. Auf der Seite könnt ihr Rocket League Keys, Items und Chests kaufen und verkaufen. Und mit dem Gutschein-Code AnyArt bekommt ihr auf euren Einkauf nochmal satte 3% Rabatt. Der Link ist in der Beschreibung, checkt ihn gerne ab. Yo Leute, willkommen zurück zu Rocket League. Basti, Dom und Dalu sind wie immer mit dabei. Hallo. Ja, guten Tag. Habt ihr Bock die Teams zu wählen? Nee. Okay, egal, trotzdem. 3, 2, 1, jetzt. Okay. Okay, Dalu. Ja, wir haben doch gesagt, ich hab keine Lust zu wählen. Aber jetzt gibt mir nichts anderes. Das roll. A-NG-Manipulation hier. Egal. Aow, der ist gefährlich. Alles gut. Schön. Ich hab einen ganz frischen neuen Control da. Das ist ein bisschen... Oh, das ist nicht gut. Oh, okay. Oh, okay. Hau ihn vor. Alles gut. Apropos Controller. Dann krieg ich so nicht. Deiner geht, klappt nicht. Äh, lol. Okay. Okay, ich fahr immer noch im Kreis. Ja. Oh. Ich bin gleich auf der Fall. Nein, 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 nein. Ich mach trotzdem mal das Tor. Ja, der wäre sowieso in die Richtung gegangen. Nein. Was heißt nein, der wäre trotzdem so gegangen. Da will ich. Nein. Ich hab nur versucht, ihn noch aufzuhalten, aber ich hab ihn nur ein bisschen hochgespielt. Nein. Ja, doch. Nein. Habt das schon geregelt hier. Dalu wieder am Start. Ja, ja. Kade. Ah, dann können wir jetzt wieder ernst spielen. Okay. Ja, hier, hier. Hab keinen Boost, leider. Ja, da, da, da. Oh. Nein. Ja, Yadik. Ja, sehr gut. Immer noch keinen Boost. Oh. Immer noch? Jetzt hab ich Boost. Okay, okay. Wann haben wir jetzt hier? Schönes Ding. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Einer. Nee. Ja, link. Ja, freie Bahn, freie Bahn. Ja, aber kein Boost. Ja, freie Bahn ist relativ, ja. Danke. Deshalb hab ich keinen. Aber ich krieg den ja. Von daher. Oh, gefährlich ist der den. Ja, ich wollte den direkt von dir weiter lenken. Hab's gut, hab's gut. So, jetzt. Da kommt du. Ich wollte nur spielen. Schön, ja, alles super. Oh. Ähm. Rissball. König, Yadik. Boah. Oh, ich dachte du wärst weniger Boost. Mist. Äh. Er hat zu lange gebraucht, bis er irgendwie unterkam. Naja, kostet Zeit. Kostet Zeit. Er hat ja gepasst. Nein. Oh, scheiße. Nehm ich nochmal. Schön. Ah, nicht gut. Oh, oh. Eh. Nein. Da nimmt er sich auch noch den Boost. Oh, blöd. Oh. Oh. Hast du? Ja. Schön. Da du aber auch. Ja, alles gut. Ja, alles gut. Okay. Huh. Jetzt. Oh. Nein. Nein. Boah. Ich bin irgendwo im Zoo. Da kommen die beide nicht. Oh nein. Oh. Keiner da. Da kam ein Dom. Oh. Ja, er hat weggerannt. Okay, super. Ich brauchte den Boost leider. Oh, da wär ich eh nicht mehr ins Tor gekommen. Hey. Ah, klar. Da, wie er wegfährt einfach. Ja, hab gedacht, ne. Ich war so ein Zauberer da umgedreht. Oh, 2-0. Ja, 3-0. Das ist doch. Ah, Mist. E. E? Oh. Yo. Bin, oh. Boah, der war schwer, du. Mehr zu halten, ja. Ja, ich weiß, du hast den da irgendwie in der letzten Sekunde noch irgendwie hochgegangen. Nee. Oh, Verdacht. Ich hätte den, 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 ich glaube ich nicht. Ganz knapp dran vorbei. Mann. Oh. Wie ich denn hier wieder? Okay. Ich bin noch 80 Kilometer die Wand hinten hochgeprallt. Da. Erzähl das schon. Okay. So ein paar gehen noch vielleicht. Ich finde, reicht langsam auch wieder. Ja. Nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh. Nein, ist es sogar noch heiß? Ey. Nein. Was dienen wir mal mit? Ja. Äh, knapp. Oh. Äh, nicht gar nicht. Alles gut. Wir nehmen Turley. Nein, oh scheiße. Oh, wow. Ja, schönes Ding. Aber draußen ist irgendwie so leer und gerade. Lenkt dich das ab? Gut. Nee. Ja, schon ein bisschen. Okay. Reicht trotzdem noch. Ja. Ja. Er ist langsamer. Oh. Warte. Yo. Oh. Dü, 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 dü. Ja, bei mir ist jetzt gerade voll die Action, ey. Fenster auf ist immer blöd bei mir. Im Ghetto, in dem du wohnst. Dortmund. Na, Party. Okay. Na, 6-0. Die läuft doch ganz gut hier wieder. Ich bin noch nicht da. Nein. Boah, was ist denn da los bei mir? Keine Ahnung. Boah. Jo. Oh, nicht gut. Oh nein. Oh nein. Lol. Okay, habe ich noch. Alles gut. Ja. Hinter dir kommt das. Alles gut. Price. Gerade da. Yo, nice. Haha. Der geht. Der ist instant drin. Price. Oh Gott. Wow. Ich muss da den Ball jetzt dealen, weil da kam er nicht nochmal an. Hä? Das Auto zu langsam. Nein. Na, ja. Ja, 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 ja. Oh. Jawoll. Ach, schade. Ich habe dich wirklich angeschossen. Ich habe dich wirklich angeschossen, da. Der war für dich der Ball. Der ist so oft jetzt hier stecken. Klasse Tore von Daniel. Ja, ich wollte es ja nicht wegnehmen. Eins geht trotzdem los. Kommst du noch irgendwie rum? Ja, hier kam er. Ah, aber schade. Huh. Ah. Schade, haben wir im GG. Nicht zweistellig. Ja, aber ich habe wenigstens ein Tor gemacht. Dadi schreckt er jetzt auch ein paar Tore. Hey, hey, hey. Machen wir mal. Jetzt wäre er natürlich gut. Weil Janik ist natürlich nicht eingespielt, der Janik bescheinlich. Ja, das fängt schon an. Oh. Was war da los? Vasti strengt sich auch nur an, wenn er nicht in meinem Team spielt. Hä? Was ist das? Oh, okay. Da war gar nicht mehr in meinem Team spielt. Na ja, was ist das denn? Gar nicht mal so scheiße für einen Basti. Oha. Gar nicht. Oh, schade. Bin ich da? Nein! Das ist ja schon wieder so ein klasse Torschuss von Basti hier. Oh, äh, 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 äh. Ich habe leider keinen Boost, um irgendwas zu tun. Ach, ja, dann kriegst du ihn noch. Oh. Ich bin dazwischen gesprungen. Jawohl, aus Basti. Oh Gott. Was wird das denn? Ja, ja. War Rick's hier. Ne, ne, ne. Super, richtig so. Wie der mich weggerammt hat, weißt du? Oh, gut. Oh, scheiße. Oh. Nein, perfekt in den Lauf. Ja, hätte ich gerne, aber ich habe nichts mehr. Ah! Wie er mich dann nur zerstören will, aber nicht mit mir, mein Junge. Hey, Janik kann dich nicht zerstören, das ist in deinem Team. Oh, scheiße. Da, guck mal hier. Ah! Ja, ich bin hier. Neh mal. Oh, schön. Weitenwechsel. Hey. Ich wollte mich nicht zerstören. Ich wollte mich nicht zerstören. Hab ich. Okay. Schön, Basti. Da, perfekt. Muss du noch mal haben. Ja, weiter. Auf von der Höhe. Musst du noch mal haben. Musst du noch mal haben. Musst du noch mal haben. Ja. Rock mir, Amadeus. Na, schade. Nein! Ach Gott, ich bin vorne. Stoppen wir den Ball. Habe ich. Janik wollte mich zerstören. Wollte ich gar nicht. Sagt er, weißt du. Sagt der. Oh, war das schön. Ich hab ihn gespielt, ja. Nee, nee. Hab ihn gespielt. Ja, war er. Jetzt. Ja. Oh, schade. Oh, schade. Was ist das gerade für ein Team, der hier? Oh, was? Pass auf. Oh. Mach ihn jetzt. Nein. Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh Gott. Klassischer Janik. Hallo, 90 Grad Winkeltore. Nicht so einfach. Ihr habt alle viel mehr gespielt letztens Zeit als ich. Ja, außerdem. Oh. Kann man ja so nicht sagen, du. Da kommt ein du da. Oh, da ist echt. Läuft. Oh, er stoppt ihn auch für dich. Oh, da komm ich. Oh, da komm ich. Was ist hier los? Oh. 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 Nein. Oh. Oh. Da komm ich nicht mehr hin. Schön. Wirklich. Ja. Der zerstört mich auch noch weißt du? Ich war ja nicht mit Absicht. Ja, aller klar. Oh nein, nicht gut. Oh. Oh, ich verfehlt. Oh, Mann. Ich bin nicht besser. Hast du jetzt aber... Oh nein. In die Richtung wollen wir. Oh Gott, sag doch was. Sag doch, dass der Valve zu uns kommt. Aber nicht gut ist keine gute Aussage. Ich dachte nicht gut wäre... Ich hole ganz gemütlich Boost so. Ich schenke dir Tore mit Ankündigung. Egal in welchem Team du sogar bist. Wow, er hat ihn getroffen. Hilft du nix. Damit habe ich auch nicht mehr gerechnet, dass du den Ball da bist. Deswegen bin ich da schon hingesprungen. Achso, du bist da vorne. Ja, ja, ich wollte den Ball da annehmen. Ich dachte, du kommst da nicht mehr ran. Egal, 4000. Ich bin dreistellig. Ah, 4000, easy drin hier. Ich bin glücklich, dass du so optimistisch bist. Ah ja, klar. Deiner? Ja. Deiner, Basti. Den hast du? Oh, schade. Kommt drin. Geht linken. Nee, ist er nicht. Lass ihn nicht. Oh. Ich soll ihn gar nicht mehr spielen. Oh. Er kommt. Hihi. Gerade. Bin tot. Basti. Tut ab. Jawoll. Was ist der? Da kommen wir nicht ran. Alter, 5 Tore ey. Der passt wieder. Gerade gespawnt. Da kommen wir nicht mehr ran, du. Nee, nicht wirklich. Kann man das schon als Demütigung sehen, wenn ich 1 Tore mache? Ich sehe das als Demütigung und persönliche Beleidigung, dass du das nicht in meinem Team gemacht hast. Tut mir leid. Aber Dado trägt halt auch was dazu bei. Ich bin da echt nicht hingekommen. Ich hätte da tun können, was ich will, aber eine Rolle hat auch nichts gebracht so. Selbst du hast eine Rolle jetzt mir nichts gebracht so. Sechs Tore sind aber noch drin. Komm mal. Oh, oh, jetzt. Jetzt deiner hier. Ah, 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 ah. Oh. Tja. Janik, der einzige ohne Tor bis jetzt hier, ne? Der einzige ohne Tor insgesamt mit 14 Gegentoren in der gesamten Folge. Oh. Oh. War ein guter Schuss aber von Janik. Ja. Ja, ne? Hilft doch nix. Oh. Und. Schade. Das Janiks Tor. Oh, nein. Manno. Ich will Basti. Jawoll, Bruder. Da geht's. Da geht's. Dom hilft doch nicht, dass ich noch mehr Gegentore kassiere in der Folge. Ey, das war so'n schöner Pass auf dich wieder. Aber dass der den Ball er so berührt. Ja, auch nicht. Ich hab auch keinen Wust gehabt mehr. Da war dann vorbei. Na komm, 2x8-0 hier. Das ist doch wohl drin. Geht los. Ja, streng euch mal an da. Oh nein, 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 nein. Kein 8-1. Neun. Da wäre ein 7-1. Oh. Oh. Ja. Aber kein zu von mich. Immerhin. Ich hatte da keinen Boost und wär ich hingekommen. Guck dir. Oh. Ja, haben sich die Brasilianer damals auch gedacht. Ja. Halt den oben. Oh. 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 Da versucht. Daumen ab. Na? Ist Ansichtssache. Auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Macht es gut und bis zum nächsten Mal bei RocketBee. Tschüss. Ciao.